Fütterte Briefmarken kommen auf die WWI App, außerdem schauen wir uns die bevorstehenden Comic Drops an, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja, ein herzliches Willkommen auf jeden Fall hier aus meiner neuen Booth. Wie ihr seht, hier im Hintergrund hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Ich bin jetzt hier in meiner neuen Wohnung, gebt mir übrigens sehr gerne auch Feedback und Vorschläge in den Kommentaren, was ich gegebenenfalls hier auch im Hintergrund noch ergänzen könnte. Wie ihr seht, habe ich hier genau hinter mir im Prinzip, da liegen jetzt aktuell noch Comics, da wird auf jeden Fall noch das Gesamte dann verbessert und aufgestellt, aber gebt mir da wie gesagt sehr gerne Feedback, falls ihr dort Ideen oder Vorschläge habt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir auch mal hier direkt in die erste News rein und zwar wird es nämlich von Stanley Gibbons Fütterte Briefmarken auf der WWI App geben. Wir werden hier einen Drop bekommen mit digitalen Briefmarken und dann wird man die Möglichkeit haben, wenn man hier die Secret Red Seed, eins von 150 Originalen hier dann zugesendet zu bekommen und das ist dann hier in diesem Format als Digital sozusagen, beziehungsweise als physisches Collectible halt und man hat dazu natürlich dann in der WWI App das digitale Gegenstück. Finde ich persönlich eine super spannende Entwicklung hier auf jeden Fall, dass hier jetzt auch Briefmarken mit auf den Markt kommen, beziehungsweise auf den Fokus bei WWI gehen. Hätte ich persönlich nicht gedacht, dass das tatsächlich der nächste Fokus ist, aber es hat sich hier anscheinend bestätigt und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier dabei rumkommen wird. Drop Details selbst haben wir bisher noch nicht erhalten, also wann das gesamte droppen wird und so weiter und so fort. Daher ich werde euch natürlich versuchen, hier auf dem Laufenden zu halten, sobald es hier etwas Neues gibt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt den nächsten Drop einmal an und das ist hier Venom vs. Carnage Hashtag 3. Wir hatten hier schon 1 und 2 gesehen, jetzt sind wir noch 3 und das gesamte Comic wird hier am 1. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das gesamte dann hier natürlich mit wie immer 5 Covern. Ich persönlich finde jetzt hier die Cover nicht allzu stark hier, das könnte vielleicht dem einen oder anderen gefallen, die Ultra. Mein Fall ist es aber nicht. Wir werden hier einen Listenpreis von 7 Dollar sehen, wie immer und eine Editionzahl von 3.000 Stück, also relativ standardmäßig. Schauen wir uns dazu nochmal hier die Go Collect Details an. Hier haben wir eine 9.8 mit 75 Grades, gerade mal für 95 Dollar. Also man sieht hier auch schon, auch das Comic ist nicht gerade teuer und ich würde sagen, im Anschluss schauen wir uns auch hier direkt noch das zweite Comic an und zwar nämlich Venom vs. Carnage Hashtag 4. Also wir sehen jetzt hier wirklich 1 bis 4 die Comics. Das gesamte wird dann hier am 3. Oktober, das heißt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen und das gesamte natürlich auch wie immer hier mit 5 Covern. Ja, für mich auch persönlich hier wieder keine wirklich guten Cover mit dabei, weshalb das für mich auf jeden Fall ein Skip werden wird. Dennoch hier nochmal die Drop Details. 7 Dollar wird das gesamte hier kosten und eine Editionzahl von 3.000 Stück haben. Wie gesagt, für mich persönlich ist es kein Drop, den ich mitnehmen werde. Wenn man sich das hier nochmal auf Go Collect anschaut, sehen wir hier eine 9.8 mit 74 Grades, gerade mal 75 Dollar. Also auch hier keine wirklich große Nachfrage und daher für mich persönlich auf jeden Fall auch uninteressant. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle schon auch mit diesem kurzen Video. Ich werde auf jeden Fall versuchen in dieser Woche nochmal zu streamen. Falls das nicht klappen sollte, freue ich mich auf jeden Fall auf jeden einzelnen, den ich dann in Naila sehen werde. Am Samstag ist es ja schon soweit. Dort ist das Vivi Deutschland Event in Naila. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt und doch noch spontan Zeit habt, dann meldet euch gerne bei mir, Vivi Versum oder Fadi, der Vivi Discord Mod ist und dort könnt ihr euch dann gerne registrieren und anmelden. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne spontan vorbeikommen, aber wenn ihr es schon wisst, dass ihr vorbeikommt, dann meldet euch bitte bei uns, damit wir das einfach einplanen können. Ansonsten vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, euer Käpt'n. Ciao, ciao.